Herzlich willkommen, liebe Leute, hier zur 254. Ausgabe vom MMO-Zone-WOW-Podcast. Ja, wir sind vollzählig, der gute Chin Tao ist da, hallo. Jo, hi. Und der gute Kawash auch, hi. Hallo. Ja, viele Themen die Woche. Wir fangen erst mal ganz vorne an mit den Themen. Ähm, welches, oder spielt die Community schon ein verbündetes Volk? Beziehungsweise, ja, haben wir, oder hast du viel mehr in der vergangenen Woche gefragt? Und, ähm, dabei, ja, können wir mal ganz kurz vielleicht einen ganz kleinen Blick auf die, ähm, Umfrage werfen. Haben immerhin fast 1400 Leute schon mitgemacht. Und ja, wer hätte es anders erwartet? 25 Prozent spielen ein leeren Elf. Ich, wirklich, wäre ich Allianz, ich hätte ihn auch sofort gespielt. Er ist einfach so hübsch. So hübsch. So hübsch. Von In Love. Oh, oh, nur ein... Lila Blutelf, ne? Ja, ein lila Blutelf, aber hey, ein Blutelf. Ähm, aber was mich ein bisschen wundert, 21... Ich glaube ja immer noch, dass du irgendwie der falschen Fraktion hier angehörst. Nein, 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 nein. Einmal Horde, immer Horde. Naja, Blutelfen sind das jetzt wirklich Horde. Ja, gut, die sind ja, ja... Da ich mit ihm in eine Gruppe gehen kann, ist es. Ja, danke. Äh, also, 25 Prozent spielen ein leeren Elf. Um 21 Prozent, das wundert mich ein bisschen. Ich warte auf Zandalari-Trolle oder Dunkeleisenzwerge. Also da wartet echt ein Großteil der Community. Wahrscheinlich auf die Zandalari-Trolle, ja. Ja, ich glaube auch. Auch ein bisschen abgeschlagen dann mit 15 Prozent, die Nachtgeborenen. Da haben wir ja, war es letzte Woche, in der 244. Folge, wo wir über die Probleme mit den Nachtgeborenen, ne? Da gab es ja echt Kritik, Probleme, pipapo. Wobei, da wurde jetzt in der Woche auch noch ein bisschen was gefixt, ne? Man sieht aber schon den Unterschied, ne? Weil leeren Elfen sind ja quasi das Aushängeschild der Allianz. Nachtgeborene sollten ja das der Horde sein. Oder zumindest kam es im Vorfeld einem so vor. Sieht man doch schon deutlichen Unterschied. Ja, vor allem auch zu den anderen beiden freigeschalteten, verbündeten Völkern, also Hochbergtauren oder die lichtgeschmiedete Drenai, ne? Die sind ja ganz, ganz abgeschlagen. Beispielsweise Hochbergtauren, die vorletzte mit 8 Prozent und ganz zum Schluss, wirklich Schlusslicht, mit 4 Prozent die lichtgeschmiedete Drenai. Davor kommt allerdings noch mit 14 Prozent. Ich erfülle die Anforderungen leider noch nicht, das ist traurig, weil wirklich viele Anforderungen gibt es ja nicht, wenn man so will. Ja, doch, du musst es kaufen. Ja. Das ist eine Anforderung. Zählt auch dazu. Zählt auch dazu. Ja, das stimmt, habe ich auch noch nicht. Ja, erfüllst du die Anforderungen auch nicht. Du erfüllst die Anforderungen auch nicht. Oder auch mit 14 Prozent, interessiert mich nicht. Auch gut. Ich meine, ja gut. Aber, ganz kurz, weil du ja meintest, Hochbergtauren und lichtgeschmiedete Drenai sind abgeschlagen. Aber wenn man das in Relation sieht, 15 Prozent sagen eben Nachtgeborene, 8 Prozent Hochbergtauren. Also von drei Charakteren hast du einen Hochbergtauren und zwei Nachtgeborene so ungefähr. Und wenn du dann mal eben die lichtgeschmiedeten Drenai im Verhältnis zu den leeren Elfen siehst, was ja den ersten und den letzten Platz quasi in dieser Umfrage ausmacht, da sieht man doch eine sehr, sehr starke Präferenz einfach bei den Allianz-Spielern. Und auch wenn man umherläuft, man sieht ab und zu malen lichtgeschmiedeten Drenai aber doch eher, sagen wir mal, ist so ein bisschen wie weibliche Zwergen. Sind sehr selten, sieht man irgendwie an Ostern einmal und dann war es das auch. Aber die leeren Elfen, die sieht man halt ständig. Also so ziemlich fast jeder aus der Gilde, der sich jetzt einen Twink gemacht hat, um den hochzuspielen für die Traditionsrüstung, hat sich zuerst einen leeren Elf erstellt, um den zu leveln. Da ist, glaube ich, nur einer dabei, der bei uns wirklich einen lichtgeschmiedeten Drenai gewählt hat, als bevorzugtes, verbündetes Volk. Alle anderen laufen jetzt gerade halt als lila Blutelfen rum, ja. Wobei, wenn ich wirklich Allianz gespielt hätte und mein Paladin bestimmt auch da, dann wäre ich wahrscheinlich auch auf dem lichtgeschmiedeten Drenai so. Also es passt ja auch halt, ne? Licht, Parler, Pipapo, Holy, ja. Wow. Wow. Ich finde voll, also es passt echt. Genau wie einfach Tank für Hochbergtauche. Jetzt mal unabhängig von den Volksfähigkeiten. Es passt einfach so, ne? Leeren Elfen hingegen, was weiß ich. Rogue, Nachtgeborene, ist auch wieder so ein Fall für sich, ey. Mage, ja, Mage würde passen. So, also, so, aus meiner Sicht jetzt, ja? Ja, ja, ja. Nein? Okay. Ja, bei den Hochbergtauchen, klar, da passt natürlich was Großes, Brachiales irgendwie dazu, Krieger oder so. Ja. Aber allein durch die Lore bei den Droiden passt auch sowas wie ein Droide einfach, ne? Also, und von den Volksfähigkeiten her, wenn du darauf das Ganze beschränkst, klar, dann ist der Hochbergtauche super für eine Tankklasse einfach. Ja, ja, ja. Aber so ein lichtgeschmiederten Draenei, äh, Jäger oder so, ich weiß nicht, das, ja. Passt halt, ne, Parla, Mage, Priest oder so, passt halt viel besser. Ja, so rein so. Vom Visuellen, nur vom Visuellen jetzt. Na? Okay. Taure, Shami, ja, Shami geht auch noch, ja. Mönch, ja, Mönch? Mönch, nein. 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 Oder nachtgeborener Krieger? Nein. Oder Mönch, nachtgeborener Mönch, nein. Gut, ähm. Einfach nein. Wie gesagt, die Umfrage ist noch aktiv, ihr könnt gerne noch eure Stimme abgeben, ansonsten einfach eure Meinung unter das Video oder bei uns auf der Webseite packen. Ja, eigentlich ein ganz interessantes Ding. Wir bleiben eigentlich, ja, die ersten drei, vier Themen richten sich wirklich um die verbündeten Völkern in dieser Ausgabe vom Podcast. Ähm, Vulpera als mögliches spielbares Volk markiert, oder als spielbares Volk markiert. Ähm, Vulpera zur Erinnerung, das sind diese Menschenfüchse, nenne ich es einfach mal, ne? Goblinfüchse. Die kleinen Menschenfüchse. Ja, die kleinen, die kleinen Goblin-Menschenfüchse. Goblin-Menschenfüchse, super, können wir das als Titel für den Podcast irgendwie nehmen? Die kleinen Goblin-Menschenfüchse. Ist doch cool. Ja, es sind humanoide Wüstenfüchse, ja. Ja. Und die wurden irgendwo markiert als potenziell spielbar, ja? Also, es gibt ja diese eine spezielle Datei in WoW, bei der Blizzard bis WoTLK alle NPC und alle spielbaren Völker reingepackt hat, in diese Liste. Und danach war es so, dass nur noch spielbare Völker dort implementiert wurden, in diese Datei. Als, ähm, Code-Sign-Fragment, als, ne, was auch immer war. Und jetzt ist es eben so, dass mit dem letzten Alpha-Bild die Dunkeleisenzwerge dort reingekommen sind, was nicht verwundert, weil die ja schon als verbündetes Volk bestätigt wurden, und die Vulpera sind dort hineingekommen. Da waren natürlich alle gleich sofort hellhörig nach dem Motto, hm, warum denn? Ne, weil eigentlich kommen in diese Datei nur spielbare Völker. Und zum Beispiel, wir erinnern uns, im Zuge vor der BlizzCon 2017 waren dort auch schon die leeren Elfen, die Nachtgeborenen, die lichtgeschmiedeten Drenai und die Hochbergtauren zu finden. Das war ja quasi schon der unbestätigte Leak vor der Messe, dass eben diese Völker spielbar sein werden. Und am Ende war es dann eben auch so. Und das Gleiche eben dann jetzt auch mit den Dunkeleisenzwergen, beziehungsweise den Zandalari-Tollen, und jetzt sind eben die Vulpera dort aufgetaucht. Blizzard ruderte natürlich sofort gleich zurück und hat ein Statement veröffentlicht, Leute, Leute, nur weil wir da was reinpacken, muss es ja noch nicht spielbar sein. Ist ja noch alles Alpha und kommt ja eh alles anders. Aber dann stellt man sich auf der anderen Seite die Frage, hm, ihr habt da seit zehn Jahren nichts mehr reingepackt, was nicht spielbar wurde. Warum fangt ihr jetzt wieder damit an und dann ausgerechnet mit dem Volk, welches sowieso sich A, sehr stark gewünscht wird in Zukunft, und B, durchaus Sinn macht, zu implementieren. Allein von der Lore her, es hat einen Bezug dann zu der aktuellen Erweiterung. Die, ähm, Vulpera sind in der Lage, schon vom NPC-Modell her Rüstungen zu tragen. Sie, ähm, erfüllen die Voraussetzung eben, gescheite Animationen zu haben für all das Mögliche eben. Ja. Mal ganz davon abgesehen, die ändern ja nicht einfach so ihre, 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 äh, Ordnerstruktur. Ja, man kann sagen, gut, haben sie mit Viotrk schon mal gemacht, könnte man argumentieren. Ja, gut, aber. Aber ich meine, diese Statement, äh, alle haben so ein bisschen drüber geschmunzelt, sag ich mal. Ja, ist es also, das ist auch echt, ähm. Aber, könnte es nicht schon irgendwas für die nächste Erweiterung, also nach Battle for Azeroth, sein? Also, es ist ja mittlerweile schon längst bestätigt, dass noch weitere verbündete Völker folgen werden. Alleine, weil es super einfach ist, was heißt super einfach, es ist relativ einfach für Blizzard, da neue Völker zu implementieren. Sie müssen nicht ein ganzes Ätter drum stricken, wieso, weshalb diese uns jetzt unterstützen, sondern sie müssen ja im Prinzip nur ein kleines Einführungsszenario in die Botschaft packen, dass man dort startet und sagen, hier, 10, 15 Minuten Questgeschichte, deshalb unterstützt dieses Volk uns jetzt hier im Kampf gegen, was weiß ich, ne? Ja. Ist halt viel einfacher als irgendwie zum Beispiel bei den Pandaren, wo du ein ganzes Ätter drum gebaut hast. Du hast eine ganze Mythologie, ähm, dargestellt. Du hast die ganze Geschichte der letzten hunderte von Jahren irgendwie gezeigt, um dieses Volk für beide Fraktionen, weil es ist ja ein neutrales Volk, was sich entscheiden kann, zu implementieren. Und das hast du ja bei den verbündeten Völkern nicht. Du hast sie im Zuge der Quests bereits kennengelernt und dann kriegst du sie präsentiert nach dem Motto, okay, als nächstes kämpfen wir hier nicht mehr auf Argus, sondern gegen die Horde. Wer hat Bock, sich anzuschließen? Und dann haben die leeren Elfen sich eben gemeldet, ne? Und auf der anderen Seite waren es dann eben die Nachtgeborenen, so ungefähr, die sich gemeldet haben. Aber es ist halt sehr einfach für Blizzard da Nachschub zu liefern und Spieler freut es eigentlich immer, wenn neue Völker kommen. Mehr individualisierbare Möglichkeiten, mehr Charaktermodelle ist jetzt nicht der größte Aufwand. Es ist wesentlich weniger Aufwand als eine neue Klasse beispielsweise. Okay, da wären wir schon beim dritten Thema. Potenzielle weitere verbündete Völker. Ja, also welche wirklich Völker, welche Völker wirklich in Zukunft noch spielbar werden können. Da hattest du ja jeweils zwei für Allianz und Horde. Wir fangen einfach mal oben an. Die Jinju. Diese Naga. Kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, nicht Naga. Sie sehen auf jeden Fall so aus. Nee, haben überhaupt nichts mit Naga zu tun. Das sind Artform, also die Jinju kommen aus Pandaria oder sind dort heimisch und sind im Prinzip durch die magischen Teiche, die es dort gibt, mutierte Murlocs. Ne, ein bisschen höher gewachsen, ein bisschen mehr Gliedmaße und ein bisschen intelligenter. Und die hat man eben schon auf Seiten der Allianz damals in MOP kennengelernt. Auf der Seite der Horde waren es die Hosen, diese Affen. Genau. Prototyp der verbündeten Völker habe ich sie genannt, weil sie mir tatsächlich als allererstes eingefallen sind. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel aus Nordend auch sagen, okay, die Taunker, die es dort gab, das waren ja so Artverwandte von den Tauren, wären was für die Horde. Da wäre natürlich die Frage, drittes Tauren-Volk im Prinzip. Oder du sagst, die Kaluak gibst du dann der Allianz, diese lustigen Walrösser. Also es gibt so viele Möglichkeiten im Spiel, die Völker, die es als NPCs gibt, später zu implementieren als verbündetes Volk. Ich fände diese, wie heißen sie, oh Mann, diese großen Menschen. Die Vrykul. Ja genau, Vrykul. Das wäre krass, ne? Die wären cool. Die haben wir doch damals in der, wo war es, Eiskrone, waren die oft präsent. Ja, jetzt auch in Legion, ja auch. Oder jetzt in Legion, genau, Sturmheim. Aber da kommen wir gleich noch zu, denn ich habe im Prinzip ja auch so ein bisschen eine Frage noch mit dem Video, beziehungsweise dem Artikel gestellt. Ansonsten, klar, die Volpera, da haben wir ja schon gerade drüber gesprochen, wären natürlich prädestiniert für die Horde, weil man trifft sie auf Zandala. Für die Allianz würde ich dann am wahrscheinlichsten tatsächlich die Tortolana sehen, das andere neue NPC-Volk. Die hatten ja schon in Hearthstone ihren Auftritt. Ist halt Schildkrötenartig, haben das Basismodell der männlichen Pandaren, also als Drahtgitter-Modell. Ja, stimmt. Fände ich cool, weil es einfach mal was anderes ist. Wäre auf jeden Fall interessant, so eine kleine dicke Schildkröte als Krieger oder so zu spielen. Ja, vor allem wäre sie auch defensiv, also so defensive Volksfähigkeit. Volksfähigkeit, Panzer oder so. Ja, ja, genau so. Ja, wie geil wäre das, ne? Zieh dich in deinen Panzer zurück, so super. Dann liegt sie da, so eine Schildkröte halt. Ja, aber wie geil wäre das, ne? Du gehst in deinen Panzer zurück und bist irgendwie für drei Sekunden immun oder sowas. Das wäre doch schon eine super Volksfähigkeit einfach, ne? Die du sogar, die sogar Nutzen in Kämpfen hätte. Also das wäre echt eine tolle Volksfähigkeit. Also Blizzard, schon mal aufschreiben, bitteschön, ja. Und dann haben sie so eine Schnappattacke noch zusätzlich, die verursacht ein bisschen Schaden. Ja, auch. Ansonsten hast du weitergemacht mit den Kultiraz-Menschen. Genau, also im Zuge des Q&A vom 30. Januar hat Ionhase Kostas ja schon bestätigt, dass die Drenor-Orks als verbündetes Volk kommen sollen. Als Gegenstück habe ich mir gedacht, okay, passend wären dazu natürlich die Menschen aus Kultiraz, weil die eben teilweise recht breit gebaut sind, teilweise sehr schlagsig sind und einfach anders aussehen als die normalen Menschen. Es stellen sich zwei Fragen im Prinzip durch diese Ankündigung der Drenor-Orks. Nämlich erstens, oder was heißt vielmehr eine Frage? Erstens vielmehr ist es die Tatsache, dass die verbündeten Völker anscheinend keinen Bezug brauchen zu einer aktuellen Erweiterung, um in das Spiel zu kommen. Denn Drenor ist abgehakt und ich glaube nicht, dass wir dort nochmal zurückkehren werden. Das wäre ja was komplett Neues nach 13 Jahren WoW. Und auf der anderen Seite stellt sich aber die Frage, wird es wirklich ein verbündetes Volk? Und wenn ja, wieso ist es nicht einfach nur eine Möglichkeit im Editor die Hautfarbe der Orks zu ändern und ein paar andere Accessoires auszuwählen? Ja, das wäre doch viel einfacher. Genau, das ist nämlich die Frage, die sich mir stellt. Wo ist der Unterschied zwischen verbündetem Volk und Charakteranpassung? Zum Beispiel bei den lichtgeschmiedeten Drenai könntest du auch sagen, okay, das sind Drenai, die eine besondere Ausbildung gemacht haben und dadurch lichtgeschmiedet sind. Aber qualifiziert sie das wirklich zu einem verbündeten Volk oder sind es eigentlich nur Drenai mit einer anderen Hautfarbe quasi? Und das stelle ich mir insbesondere dann bei den Drenor-Orks und auch bei den Menschen für Kul-Tiras. Braucht es da ein eigenes verbündetes Volk für oder machst du einfach nur braune Orks im Charakter-Editor möglich? Ja, aber die Frage ist halt eher, was Blizzard möglich macht mit dem Charakter-Editor. Ob es nicht wirklich einfach ist, einfach zu sagen, okay, das ist ein verbündetes Volk und das halt, ich meine, so haben sie halt auch die Möglichkeit, noch unterschiedliche Klassenfähigkeiten und so ins Spiel zu bringen. Also, ja, ich weiß nicht. Also ein verbündetes Volk verkauft sich halt auch besser als eine Anpassung im Charakter-Editor noch. Ja, das sowieso. Aber ich meine, ich weiß nicht, inwieweit es halt schichtlich ist, aber warum die einen rot sind und die anderen grün. Aber es scheint ja schon eine Abzweigung zu sein. Andere Gene. Andere Gene, genau. Hast du doch damals den Warcraft-Film gesehen? Ja, ja. Kannst du dich nicht mehr erinnern, warum Frile grün wurde? Doch, weil er fast verreckt wurde, also er fast verreckt ist und Dings hier ihn mit dem Fell quasi wiederbelebt hat. Genau, die Teufelsmagie. Genau, die Teufelsmagie. Dadurch ist er halt grün, so. Ähm. Ja. Aber das ist ja nicht mehr präsent in den Orks. Da stellt sich jetzt nur die Frage, wird die grüne Farbe vererbt? Ja, scheinbar ja schon. Und wenn nicht, warum gibt es die Kitschelbraune Orks? Weil es gibt ja auch grüne Ork-Babys hier, die rumgelaufen sind. Ja, und was passiert, wenn ein grüner Ork und ein brauner Ork sich ganz doll lieb haben? Wird das dann grün? Ich weiß nicht, ich bin, oh, ich war in Kunst nie so gut, ey. Nein, wenn du Frile mit Frauen mischst, warst du es immer noch braun. Echt? Okay. Oder so Babykotze-mäßig, ja. Ja, so Durchfall. Das ist immer wieder beim Staubsauger-Roboter. Ja, hör auf. Oh nein, bitte nicht. Ich hab's schon fast wieder verdrängt, ey. Ich glaub, über Genetik sollte man nicht unbedingt über WoW-Völker sprechen. Ja, weiß ich nicht. Also, es hat halt ... Na, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine mit der Frage, ist es eine Charakteroption oder ist es eher ein verbündetes Volk, ne? Ich glaub, das wird sich einfach noch mit der Zeit zeigen. Vielleicht kommen die Drenor-Orks ja auch gar nicht als wirkliches verbündetes Volk, sondern eben, wie gesagt, als Charakteroption. So wie ja auch aufrechtgehende Orks eben kommen sollen. Mhm. Als Charakteroption und nicht als verbündetes Volk. Das war zumindest die Aussage von der BlizzCon. Ich meine, da müssen wir dann abwarten. Na, Optionen gibt's sehr möglich. Ich meine, Ion Hasikostas hat in dem Livestream einfach was erzählt, ne? Er hat gesagt, hier übrigens, ne, wir haben uns überlegt, die Drenor-Orks zu bringen. Ja, und jetzt wird er natürlich darauf festgenagelt, auf diese Aussage. Na, aber am Ende kann es doch noch ganz anders kommen. Ja, aber man ... Ich meine, mittlerweile müssen die ja auch wissen, dass wenn ... Dass jedes Wort von denen auf die Goldwaage gelegt wird. Ich meine, ob sie sich drum kümmern, ob sie interessiert, ist halt die andere Sache. Ich meine, schon so viele Sachen haben sie angekündigt und dann einfach wieder verworfen. Aber wenn er sowas sagt bei einem verbündeten Volk, das ist ja jetzt nix, das ist nix irgendwie, was ein komplettes System ist, wie hier irgendwie Part der Titan oder so ein Blödsinn. Nein. Die ankündigen und dann nicht bringen oder das Tanzstudio oder ... Wobei ich zwischen Fahrt der Titan und Tanzstudio nochmal großen Platzhalter lassen würde, ja. Ah, gut. Das ist mir jetzt so eingefallen. Ja, keine Ahnung. Also, ich persönlich finde das mit den Unterrassen halt schon eine coole Idee. So, und, ähm, ich meine, dann könntest du ja auch bei den Tauren sagen, okay, die kriegen andere Hörner und sind dann halt ... Haben dann halt so ein Elchgeweih anstatt normale Kuhörner. Ja. Aber, also ... Aber wie gesagt, es ist die Frage, wo ziehst du die Grenze, ne? Ja, ich meine ... Was ist denn für dich ein wirkliches verbündetes Volk? Ich meine, klar, die, äh, Tortolaner wären zum Beispiel komplett anders. Also, da gibt's ja gar nichts, was, äh, als Überrasse, sag ich jetzt mal, ähm ... Genau, das sind ganz klassische verbündete Völker für mich. Auch Vulpera wären ganz klassisch. Oder Hosenn oder Vulpera, genau. Das sind ja alles komplett andere. Jetzt von den aktuellen würde ich sagen, zum Beispiel am klassischsten die Nachtgeborenen. Es ist ein eigenständiges Elfenvolk, welches in der Isolation gelebt hat und sich jetzt entschlossen hat, der Horde anzuschließen. Ja, aber waren die nicht vorher auch normale Nachtelfen oder so? Ja, aber sie haben sich ja anders entwickelt. Das wäre dann ja das gleiche wie bei den Kuhörnern. Äh, aus irgendeinem Grund. Ein roter Ork hat sich ja auch anders entwickelt, aus irgendeinem Grund. Ja, weil er was anderes getrunken hat. Ja. Und nicht, weil er sich genetisch verändert hat. Weißt du ja nicht. Also, er muss sich ja irgendwo genetisch verändert haben, sonst wäre seine Hautfarbe nicht anders. Vielleicht ist er beim Black-Tierer gewesen. Wirklichkeiten gibt es viele. Das darf man nicht vergessen. Einmal rot, bitte. Einmal grün, bitte. Ja, ist halt, ja, schwer zu sagen. Ich meine, wie gesagt, also da ist halt, klar, die sind sich halt relativ ähnlich, die Völker. Ich weiß nicht, ob das eventuell Absicht war. Aufgrund des Wiedererkennungswertes oder des Arbeitsaufwands? Ja, irgendwie. Des Wiedererkennungswertes, sodass die Leute das eher annehmen als, weiß ich nicht. Ich meine, viele wünschen sich ja mehr Flexibilität beim Charaktereditor. Ich persönlich auch. Also, ich finde an sich, die Grundidee, wie es jetzt ist, sodass es halt feste Sachen gibt zum Auswählen, finde ich okay. Nur die Auswahl ist halt relativ gering. Gegen Gesichter oder sowas. Da können sie schon mal 20, 30 draus machen oder so. Aber ich hätte zum Beispiel ungern so einen Schieberegler so zwischen hier Augenbrauenverschiebe und so. Das war mir immer bei Spielen immer viel zu viel. Ja, verstehe ich. Ich meine, es ist halt auch nicht Skyrim. Ja, eben. Oder Elder Scrolls Online, sondern es sind halt die vorgefertigten Gesichter, Frisuren und so weiter und daraus wählt man aus. Aber wenn es, wie du sagst, da mehr Möglichkeiten gäbe, wäre das sehr wünschenswert natürlich. Abwarten, was die Zukunft bringt. Wir haben jetzt hier aktuell bald sechs verbündete Völker. Wie gesagt, es ist halt auch marketingtechnisch, wie du schon sagst, schon deutlich krasser zu sagen, okay, wir haben verbündete Völker, als zu sagen, ja, ihr habt die Möglichkeit zwischen einem Elchgeweih und einem Kuhgeweih zu wählen. Das Verkaufsargument zur Vorbestellung, die Tauren haben jetzt andere Geweihe, ja, und die Orks können andere Hautfarben auswählen. Da klingt es natürlich geiler, wenn du sagst, hey, wir haben sechs neue Völker, ja. Nee, das ist ganz klar. Einfach abwarten. Ich meine, am Ende des Tages verliert man ja nichts durch ein neues verbündetes Volk. Entweder man spielt es oder man spielt es dann nicht. Das Einzige, was man sagen könnte, ist ja, Blizzard hätte die Zeit in was anderes investieren können. Ja, weil das Team, das Völker und Charaktere entwickelt, wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, die Geschichte weiterzuentwickeln, ja. Ja, klar. Die kochen auch Kaffee, wischen den Boden. Ach so, also sind das alles Praktikanten oder was? Ja, genau, genau. Es gibt bei Blizzard nur Praktikanten. Jetzt ergibt das alles. Nächstes Thema. Ja, letztes Thema eigentlich. Die Alpha von A Battle for Azeroth hat gestartet, jetzt ein paar Tage her. Ich habe es eigentlich noch wirklich prophezeit in der Woche. Ich glaube, sogar einen Tag oder zwei Tage vorher habe ich dir geschrieben, im Skype von wegen Arban munkel. Du hattest es am Dienstagabend, nein, am Dienstagmorgen hattest du es mir geschrieben. Ja, und am Mittwoch war es dann soweit, ne? Am Mittwoch kam dann ein neuer Alpha-Bild. Oder man dachte noch, es wäre ein Beta-Bild, der kam, der zweite. Und abends startete dann die Alpha. Genau. Es ist, man muss echt sagen, es ist eine sehr, also ich möchte nicht sagen eine sehr frühe Alpha, aber eine sehr familiäre Alpha. Deswegen auch einfach Alpha-Status. Also es haben nicht wirklich viele Leute in Key einen Zugang bekommen. Generell, Keys gibt es nicht. Das möchte ich nochmal betonen. Es gibt keine Keys. Es gibt nur Freischaltungen. Genau, danke, ich musste gerade mal erhusten. Es gibt nur direkte Account-Freischaltungen und keine Keys. Also falls ihr irgendwo auf Ebay oder so BFA-Closed-Alpha-Key seht, das ist einfach sehr. Oder auf Facebook. Letztens gesehen, was heißt letztens, direkt nach der BlizzCon, da wollte jemand mit einer neuen WoW-Seite oder so. Ja. Quasi. Ja, ich erinnere mich. Und dann schrieb er so, ja, wer will einen BFA-Beta-Key gewinnen, hier Facebook-Seite liken, teilen, das erstgeborene Opfern und so Zeug. Ja, das hattest du uns damals auch gezeigt. Genau, und dann habe ich halt drunter geschrieben, ja, Leute, hier gibt es keinen Beta-Key zu gewinnen, weil es gibt keine Beta-Keys. Und zum aktuellen Zeitpunkt schon gleich gar nicht. Ja, ja, ja. Und da dachte ich, ey, die Leute sind so dreist, ey. Meine Güte. Also fallt nicht drauf rein, nur Blizzard kann euch freischalten. Falls ihr nicht wisst, wie es geht, ihr müsst bei euch in Battle.net, in das Profil und da einfach einen Haken setzen. Ja, aber das sind auch dann erst die späteren. Da haben wir auch Artikel zu. Genau, da haben wir sogar. Das sind die späteren Invite-Wellen. Aktuell ist es halt wirklich so große Twitch-Streamer. Ja, ja, genau. Aktuell sind das wirklich auserwählte, wenige Auserwählte, die quasi Zugang haben. Aber der gute Kabasch konnte schon einen Blick auf die Alpha werfen. Berichte uns doch mal so ein bisschen von deinen Eindrücken, weil vielleicht hat nicht jeder das lange Video gesehen. Ja, die Wiesen sind grün, die Wüsten sind sandig. Ja, sehr gut. Und die Bäume haben Blätter, also... Sauber. Was Neues. Also... Gibt doch Nadelbäume. Ich vergleiche, das gab es aber auch schon vorher, ne? Schon mal im Silberwald gewesen. Ja, einmal durchgelaufen, ne? Ja, sind jetzt zwar nicht so schön dort. Nee, ich vergleiche die, oder hab die Alpha gerne natürlich mit der von Legion verglichen. Auch, wär wunderschön, ey. Die Legion Alpha, das allererste war ja dort Dämonenjäger-Startgebiet, wir erinnern uns ja noch. Das war das allerallererste, die erste Hälfte davon war verfügbar. Genau. Und dann war ja so, Woche für Woche wurde immer mehr freigeschaltet, bis wir irgendwann in Dalaran waren, mit den sechs verfügbaren Spezialisierungen und konnten die ersten Artefaktwaffen-Quests machen. Ach, wunderschön. Und genau, das war's ja im Prinzip. Die Gebiete waren teilweise noch verschlossen, teilweise konnte man dort ein bisschen rumlaufen, aber es gab halt noch nichts, ne? Es gab keine Quests, es gab teilweise nicht mal Mobs, es war halt komplett leer. Ja, es war halt Suramar zum Beispiel, erinnere mich noch in Dalaran an das mittlere Gebäude ohne Textur. Ja, oder Suramar, das war ja auch so eine Sache. Sie hatten dort ja schon diese ganzen grauen Kästen stehen und irgendwann haben wir gesehen, absoluter Vibe, komplett alles weg und dann haben sie die Stadt ja nochmal von Grund auf neu gebaut gehabt. Einfach, weil sie wahrscheinlich mit ihrer eigenen Qualität nicht zufrieden waren. Und das ist eben ein Unterschied zu der jetzigen Alpha. Man hat zwei Gebiete, die verfügbar sind, dass es auf der einen Seite Drustwar auf Kultiras, also für die Allianz, und auf der anderen Seite Nazmir auf Zandalar für die Horde. Und diese Gebiete sind A, von der Performance her sehr gut, man hat stabile FPS, man hat, also ich hab bisher noch nicht einen Crit-Error, es gibt hier und da mal irgendwie... Doch, doch nicht. Hä? Ja, Alpha und kein Crit-Error. Ja, eben, ne? Er hatte beim Beenden vom Battle netten Crit-Error, ja, das war aber ein anderes Thema. Aber auch ansonsten technisch auf jeden Fall schon auf einem sehr guten Weg, auf einem sehr guten Niveau. Ab und zu hast du mal so nervige kleine Fehlerchen wie hier und da mal einen Ruckler, weil irgendwie was komisch nachlädt oder so. Oder deine Maus verschwindet, dann musst du einmal das Spiel neu starten, deine Maus wird also unsichtbar. Aber das sind alles kleinere Bugs, sag ich mal. Das ist natürlich ganz normal für so eine frühe Version. Und der Unterschied zur Legion Alpha ist eben, du hast Quests, jede Menge Quests. Und die sind zum größten Teil tatsächlich sogar schon lokalisiert. Ja, hab ich auch gesehen. Twitch-Streamer ohne Ende, also die Großen spielen auf Deutsch und da ist echt sauviel lokalisiert. Du hast hier und da steht das Quest-Ziel, vielleicht noch auf Englisch, aber der komplette Quest-Text, alles schon auf Deutsch, Dialoge auf Deutsch, wenn die NPCs miteinander quatschen, alles schon auf Deutsch. Das ist halt schon echt weit für den ersten Alpha-Bild, der quasi für die Öffentlichkeit spielbar ist. Aber wenn man auch bedenkt, was Legion quasi an Arbeit so für die Entwickler bedeutet hat und jetzt Battle for Azeroth. Ich meine, die mussten halt für jede Klasse, für jeden Speck eine Art Faktwaffe, das Ganze dann eine Geschichte drumherum mit Quests und Szenarien und Zeug und Blum. Also das glaube ich schon, dass das halt echt viel, viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, weshalb das am Anfang auch so, ja, sich so, ähm, hingezogen hat. Ja, so hingezogen hat, bis man alles halt spielen konnte, beziehungsweise testen konnte. Und wie instabil alles damals lief, das war echt krass. Also, ähm, man konnte ja keine Artefaktwaffen-Quests beim ersten Mal abschließen, das funktionierte ja gar nicht. Also, ich erinnere mich, wie wir teilweise dann für die Quest, die eigentlich 20 Minuten gedauert hat, teilweise drei Stunden da gebraucht haben. Ja, nochmal anfangen, neuen Charakter erstellen. Genau, du hattest einen Crit-Error. Und dann fing das Rätselraten erstmal an, nämlich nach dem Motto, okay, kann ich einfach weitermachen? Und meistens war die Antwort nein. Entweder war der Charakter irgendwie stuckt und du konntest ihn löschen, musstest also neuen erstellen, oder du bist wieder reingekommen und es gab ein Rollback, du musstest komplett von vorne anfangen oder die Quest war dann dadurch verbuggt und du konntest sie insgesamt nicht abschließen, dann musstest du es auch nochmal machen. Also, es gab sehr, sehr viele Fehler. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war eine Alpha, ne? Also, da muss man überall solche Fehler hinwegsehen, genau. Hallo, so Probleme haben wir auch auf dem Test-Room. Ich sag nur, lauf nicht in die Schlucht. Alter, ja. Welche Schlucht? Disconnect. Ah, die Schlucht, okay. Also, aber wenn man jetzt mal so, ich meine, Gebiete entwerfen und Quests entwerfen, das ist ja Blizzards täglich Brot, sag ich mal, wenn es darum geht, neuen Content zu schaffen. Und dass ihnen das leichter fällt, sag ich mal, oder bugfreier von der Hand geht, als, ähm, jetzt irgendwelche Art Faktwaffen und so ein Zeug, ähm, dann sollte dann auch irgendwo ein bisschen freundlich sein, denke ich. Ich meine, da haben sie mit einem komplett neuen System, äh, was sie so vorher noch nicht hatten, äh, rumhantiert. Ja, wie gesagt, es ist eine Alpha, es ist dann später eine Beta, da muss man mit Fehlern rechnen, da muss man mit Leben, denn darum geht es ja schließlich auch, dass eben Bugs und Fehler gefunden werden, um diese dann auszumerzen, weil viel schlimmer wäre es, wenn man diese dort nicht findet und sie dann auf den Live-Server kommen. Ja, das ist immer eklig, das stimmt. Instanzmäßig, ist da schon irgendwas freigeschaltet? Hast du schon was getestet? Ja, es gibt Instanzen und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vom Podcast, ja, wird man schon diejenigen dann gesehen haben. Dann guckt euch unbedingt das Video an. Also zwei Instanzen sind es momentan, nämlich auf, auf Zandala ist es Atal Daza, klingt natürlich schon trollmäßig und auf Seiten der Allianz ist es auf Kultiras Freihafen. Freihafen, ja genau, das ist da, wo die ganzen Diebe und Banditen und die zwielichtigen Bewohner, ne, sich rumtreiben. Piraten, ja. Hat man, glaube ich, auch auf der BlizzCon schon gesehen, ne? Ja. Ja, 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 okay. Und Atal Daza, ja, genau. Hängen von Zuldaza müsste das da irgendwo sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Gut, ja, würde ich sagen, war es das schon an dieser Stelle für die 245. Ausgabe. Danke an euch beide auf jeden Fall. Danke natürlich an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Und wir sagen bis kommenden Sonntag. Ciao. Bis dann. Tschüss.